Herzlich willkommen zum finalen Video in meiner Tutorial-Reihe über die Grundlagen von Radioschnitt in Hindenburg. Wir stehen kurz davor, unseren fertigen Beitrag exportieren zu können. Eine wichtige Sache fehlt aber noch, der Feinschliff. Der macht manchmal mehr aus, als man denkt und kann sogar mit darüber entscheiden, wie gut euer Beitrag am Ende verstanden wird, also tatsächlich akustisch am Radio verstanden wird. Passt zum Beispiel die Lautheit zwischen einzelnen Teilen eurer Stimme und den Tönen beispielsweise nicht. Sind die Unterschiede zu hoch, dann versteht man eben nur einen Teil des Radiobeitrags, den anderen Teil nicht und man müsste eigentlich die ganze Zeit am Radio rumdrehen und die Lautstärke einstellen. Um das zu verhindern, mischen wir unseren Beitrag jetzt, etwas das meiner Erfahrung nach viel zu selten gemacht wird, in den Grundlagen, aber ganz gut funktioniert mit den Onboard-Mitteln von Hindenburg. Schauen wir uns die Lautstärke bzw. die Lautheit doch mal genauer an in unserem Beitrag. Wir haben das ja gerade eben schon ein kleines bisschen angepasst, also wir haben hier schon erste Regelungen getroffen hier und hier, damit die Lautstärke nicht ganz so unterschiedlich ist und auch die Musik und die Atmo haben wir schon ein bisschen gepegelt, aber ich glaube da geht noch mehr. Hören wir erstmal rein. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie und ich arbeite auch mit Thun. Also ich finde eins, ich finde jetzt zum Beispiel die Atmosphäre ein bisschen zu leise, muss ich sagen, und ich finde die Musik ein bisschen zu laut. Mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie und ich arbeite auch mit Thun. Genau. Bonnie steht mit einem Auf... weil die Atmosphäre hört man tatsächlich fast gar nicht. Die ist... Hier mit Solo kann man den Track also auf Solo schalten. Das heißt, man hört jetzt, wenn man abspielt, nur diesen Track. Na, ist bei minus 45 Dezibel. Den kann man fast gar nicht hören und schon gar nicht, wenn wir dann die Stimmen, was wir hier vorhaben, die Stimmen noch ein bisschen anheben. Das heißt, wir werden unsere ähm, unsere Spuren mit der Atmosphäre ein bisschen anheben. Ja, ich glaube, da geht sogar noch ein kleines bisschen mehr. Gucken wir mal. Ja, mal mit Vergleich. Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Ich arbeite gerade an. Das ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen zu viel, wenn wir uns dann gleich nochmal drum kümmern. Aber wie gesagt, wir wollen ja die Stimme und Bonnys Stimme auch noch ein bisschen anheben mit einem Kompressor und mit einem Ecolizer. Das heißt, das kann dann auch schon wieder relativ, ähm, relativ wenig sein. So lassen wir das erst mal. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie. Und diese furchtbar nervige Musik, ähm, die würde ich einfach mal ein bisschen leiser machen. Gucken wir mal. Ja, das ist okay. Wie wird die Stimme? Minus 27. Ähm, es gibt da auch eigentlich, äh, Vorgaben, weil es gibt da bestimmte Normen, wie laut das sein darf. Äh, oder was so die Ideale ist. Ich glaube, es ist bei Minus 24, aber ich müsste jetzt lügen. Ähm, für Musik, die im Hintergrund dudelt sozusagen. Ähm, dass beim Fernsehen zum Beispiel wird das genau überwacht, dass da bestimmte Standards eingehalten werden. Ja. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie. Ich finde das okay so. Ähm, was ihr gesehen habt, was ich auch im vergangenen Tutorial schon so ein bisschen erklärt habe, ist, ähm, dass wir uns immer so nach dieser, ähm, ähm, minus 9 richten. Also, dass wir gucken, dass wir, ähm, unsere, ähm, Sprache so an die minus 9 Dezibel ausrichten. Sieht ihr, seht ihr auch, ähm, wenn ihr euch anschaut, Hindenburg färbt alles, was darüber ist, so ein bisschen rot ein. Also, so die Maximalwerte liegen so um minus 9, aber auf keinen Fall höher als minus 6. Also, ähm, dass wir uns da ansiedeln. Auch bei dem Sender, wo ich viel arbeite, bei MDR, ist es so, da zeigt das Schnittprogramm tatsächlich eine gedachte Linie beim minus 9. Das ist so der Richtwert, damit man einfach noch ein bisschen Headroom hat, also ein bisschen Luft nach oben, sage ich mal. Ähm, dass es nicht sofort klippt, nicht sofort übersteuert, wenn mal ein lauter Ton dabei ist, sage ich mal. Und, ähm, ich glaube, alles, was wir jetzt an groben Sachen machen können, haben wir jetzt gemacht, haben wir jetzt angepasst. Jetzt würde ich mal in die Feineinstellungen gehen. Ich finde, das ist mir aufgefallen, zum Beispiel, dass ich hier immer abfalle. Also, ich habe hier offenbar jetzt gerade die Angewohnheit gehabt, am Anfang ein bisschen lauter zu sprechen. Das sieht man hier ganz gut. Und dann abzufallen. Mal gucken, ob man das gut hört. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Genau, meine Stimme fällt einfach nach hinten ab. Und das ist jetzt vielleicht schon nicht ganz so schlimm, aber ich würde einfach das Stück für Stück nach hinten ein bisschen anheben, ähm, dass das eine schöne, also dass das alles gleichmäßig viel hörbar, äh, sind minimale Unterschiede, die wir hier machen, ähm, aber am Ende, ähm, kann es halt passieren, dass das hinten sehr abfällt und man dann das Ende nicht mehr versteht. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Genau. Also, das ist jetzt, da gibt es Beispiele, da ist das wesentlich schlimmer, aber, ähm, ähm, einem Aufnahmegerät im Grünen. Das ist jetzt nicht so wild. Danke, Bonny. Ja. Ich lasse das jetzt so, was mir, ähm, dagegen viel mehr auffällt, ist, dass Bonny, äh, am Anfang immer sehr laut einsteigt. Und da sieht man dann schon, ähm, das zeigt sich nicht unbedingt an dem Pegel, weil der ist ungefähr auf einem Level. Das zeigt sich aber daran, dass der, ähm, dass der Rekorder, mit dem wir aufgenommen haben, das Zoom H1N, ähm, ähm, dass wir da Autopegeln, wie ich schon erwähnt hatte, eingestellt haben. Und der guckt sich sozusagen die erste, erste Sekunde an, wie laut ist das, was da gerade ankommt und dann pegelt er runter. Deswegen ist der Anfang immer, da ist ein Limiter drin, das heißt, der riegelt ab, ähm, also das übersteuert hier nicht, aber es ist eben, es ist gefühlt lauter. Grün. Mein Name ist Bonny. Hört ihr das? Das hört man ziemlich gut. Mein Name ist Bonny. Mein Name ist Bonny. Das ist ein technisches, äh, eine technische Geschichte. Deswegen nehme ich hier die Anfänge immer noch gerne so ein Stück runter und gleich die an. Im Grünen. Mein Name ist Bonny. Bisschen noch vielleicht. Mein Name ist Bonny und mein Name ist Bonny und ich arbeite. Hier auch. Ich arbeite gerade an einem. Hier. Hier greift er dann. Nach einer Sekunde ungefähr. Ich arbeite gerade an einem Podcast. Viel besser. So. Ja, an einem spannenden Projekt. Ich arbeite gerade an einem Podcast. An einem Projekt. Ich arbeite. Oh, wir haben mal ein kleines Problem mit der Atmo. Die fällt hier plötzlich einfach ab. An einem spannenden Projekt. Ich arbeite. So. Jetzt, äh, kommen wir quasi zu dem, äh, was wir final machen wollen. Wir kommen zu unserer Mischung. Mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonny und dafür bietet euch Hindenburg Journalist, ähm, genau zwei Effekte an. Einen Equalizer und einen Kompressor. Ein Equalizer ist, ähm, ein Filter. Zeige ich gleich noch ein bisschen, ähm, mit dem ihr bestimmte Frequenzen anheben oder, ähm, oder quasi absenken könnt. Und ein Kompressor ist, ähm, naja, wie kann man sagen, ähm, also, der, der nimmt eurem Signal ein bisschen Dynamik. Also, ähm, der macht, dass die Unterschiede zwischen leisen Passagen und lauten Passagen weniger stark sind. Also, er zieht die Lauten ein kleines Stück runter und erhöht dafür die leiseren und so wirkt das dann so ein bisschen dicker. Würde ich es einfach mal beschreiben. Das ist jetzt keine tontechnisch akkurate Beschreibung, ähm, aber ich glaube, das ist ganz gut, ähm, das, was es beschreibt. Wenn ihr hier auf dieses kleine Dreieck geht, neben einer Spur, dann, ähm, seht ihr so ein paar unterschiedliche Einstellungen. Da müsste auch dieser Voice Profiler anwendbar sein. Den erkläre ich jetzt nicht, weil ich finde den, ehrlich gesagt, ähm, nicht sonderlich gelungen. Auch diese Pro-Version von dem Voice Profiler ist eher verwirrend. Ähm, den, weiß ich nicht, ihr könnt euch da ja einfach mal ein bisschen reinschauen. Vielleicht mache ich auch noch ein separates Video zu diesem Voice Profiler, aber ich mag ihn, um ehrlich zu sein, nicht. Deswegen, ähm, was uns interessiert, sind diese kleine, ähm, diese kleine, ähm, Regler-Schaltfläche hier. Bei der Journalist-Version werden euch jetzt hier vier angezeigt, statt, äh, statt sechs. Aber die reichen, wie gesagt, vollkommen aus. Und wenn wir dann auf die erste klicken, bei Plugins, das erste Plugin, auf den ersten Plugin-Slot klicken, haben wir die Wahl zwischen verschiedenen Plugins. Da werden euch jetzt nur zwei angezeigt. Ecolizer und Kompressor. Und, ähm, hier unten, ich glaube, also wenn ihr Apple habt, die werden euch immer angezeigt. Da könnt ihr ein bisschen rumexperimentieren. Aber die sind jetzt nicht für Hindenburg gedacht. Wir, das erste, was wir uns nehmen, ist der Ecolizer. So. Der ist relativ winzig. Den gibt's auch noch in, so kann man auch noch, äh, in groß sich angucken. Das funktioniert hier leider nicht. Ähm, wenn wir, ähm, Bonny steht mit einem Aufnahmengestell, den Kompressor so standardmäßig starten, hat der bereits ein was, nämlich dieses Feld hier aktiviert. Das ist ein Low-Cut. Also da werden dann die tiefen Frequenzen, hier greift der bei, weiß ich nicht, bei 100 Hertz ungefähr, ähm, werden die weggeschnitten. Das ist ganz sinnvoll, muss ich sagen. Das ist jetzt in der menschlichen Stimme, bei mir vor allem nicht, bei meiner Stimme nicht hörbar. Aber so, ähm, vor allem so Windgeräusche und so Mikrofon, ähm, Handgeräusche, wenn ihr das Mikrofon in der Hand habt, entstehen manchmal solche Rumpellaute irgendwie. Ähm, die werden davon weggeschnitten. Und das ist sehr, sehr praktisch, finde ich. Deswegen lasse ich den aktiviert, vielleicht nicht ganz so, ich mach mal so bei minus 100, so, äh, bei 100 ungefähr, nehmt ihr die weg. Ähm, ihr habt hier drei Möglichkeiten, drei Regler. Die Tiefen, den haben wir gerade schon, ähm, ähm, den ist, der ist unabhängig von diesem Low-Cut, ähm, den werden wir aber nicht verwenden, ähm, oder nicht unbedingt verwenden. Die Mitten, bei 1 Kilohertz jetzt in dem Fall, und die Höhen bei, äh, 5,5 Kilohertz, ja, bei 7 Kilohertz ungefähr, ähm, ändert sich da was. Und ihr seht das, hier boostet man bestimmte Frequenzen und hier nimmt man sie weg. Man kann aber auch das einfach mit der Maus nehmen und dann aber auch die Frequenzen verstellen. Das ist ganz praktisch, das werden wir jetzt gleich machen. Um euch mal zu zeigen, was da genau passiert, stelle ich das mal auf Solo, spiele das mal ab und verändere mal die hohen Frequenzen. Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Oder die Tiefen? Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Man ändert... Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet... Jetzt haben wir quasi alle tiefen Frequenzen, ähm, rausgenommen und haben nur noch so einen Art Telefonsound. Oh, jetzt habe ich das komplett... Ups, ich habe es komplett zerstört. Ich muss den nochmal neu starten, aber, ähm, ich glaube, das Prinzip ist klar, wie dieser Equalizer funktioniert. Und damit können wir jetzt, wollen wir jetzt unsere Stimme ein kleines bisschen bearbeiten. Wir wollen... Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Ja, wir wollen unsere Mitten ein bisschen anheben, bei ungefähr zweieinhalb Kilohertz, hier. Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Da wird die Stimme ein bisschen klarer, finde ich, und diese Mikrofone, mit denen ich hier arbeite, die Shure SM7B, die, ähm, sind da ein bisschen, ähm, flach, was aber okay ist. Man kann das ja im Nachhinein noch anheben und die Höhen würde ich auch ein bisschen anheben. Sein Repertoire ist vielseitig, gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Sein Repertoire ist vielseitig, gerade... Klingt ein bisschen, ja, crispier. Und ihr seht jetzt schon eins. Hier unten, ähm, hebt sich natürlich auch was an. Also, wir sind jetzt nicht mehr nur bei minus neun. Sein Repertoire ist vielseitig, sondern wir kommen schon viel näher an die minus sechs ran. Und deswegen ist dieser, weil wir natürlich, wenn wir die Frequenzen anhöhen, machen wir sie auch lauter. Ähm, und deswegen ist dieser Headroom, den wir gelassen haben, ziemlich wichtig, dass da nicht sofort, weil wenn wir jetzt auf minus eins gepegelt hätten, dann, ähm, wäre, wäre, würde diese Änderung schon zu übersteuern führen und wir hätten überhaupt keinen Spielraum mehr. Wir werden das auch gleich wieder ein kleines bisschen zurücknehmen mit dem Kompressor. Ähm, und ich würde, glaube ich, nochmal so um die 200, na, bei den Tiefen so die 200 ein kleines bisschen anheben. Ähm, sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Naja, gut. Muss nicht unbedingt sein. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Ja, ich finde es gut so. So kann es mit dem Equalizer bleiben. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Effekt, dem Kompressor, der die Dynamik so ein bisschen rausnimmt. Das war das, was wir gerade schon händisch ein kleines bisschen ausgeglichen haben. Ähm, wir haben die leiseren Stellen ein bisschen lauter gemacht, die lauten ein bisschen leiser. Der Kompressor wird die jetzt nochmal ein kleines bisschen zusammendrücken. Da haben wir ihn. Und der tut am Anfang erstmal gar nichts, weil er auf Null steht natürlich, auf Aus. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Und je mehr wir dann dazugeben. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Desto mehr schlägt diese Nadel aus und zeigt uns an, wie viele Dezibel gerade wir komprimieren. Und wenn wir das ganz hochdrehen, dann hört ihr dann auch schon einen richtigen Unterschied. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Dann gibt es quasi überhaupt keine Dynamik mehr. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Das klingt komisch. Also hier auch so ein bisschen mit gutem Gehör rangehen vielleicht. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Also ich finde bei diesem Kompressor von hinten... Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Ist der Richtwert so, dass so bei 4 Dezibel Threshold ist die Einstellung, die wir hier haben. Also Schwellenwert sozusagen. Also ab welchem Signalpegel fängt der Kompressor an, das Signal zu bearbeiten. Den stellen wir hier mit ein. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er an einem spannenden Projekt. Ich finde jetzt passen auch unsere Hintergründe wieder gut dazu. Allerdings fällt jetzt natürlich auf... ...die man hören kann und baue ganze Soundweltenbands sein muss. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet... Bonnie fällt jetzt natürlich ab. Deswegen werden wir bei ihm jetzt dieselbe Signalkette sozusagen... Also nicht sozusagen, sondern dieselbe Signalkette anwenden. Wir werden erstmal mit einem Equalizer starten. ...weite gerade an einem Podcast-Dingel, wo verschiedene... Ich würde hier sogar tatsächlich noch ein kleines bisschen... Falls wir jetzt einzelne Handgeräusche zum Beispiel von dem Mikrofon hätten, könnte man sich überlegen, in den O-Tönen so ein kleines bisschen den Low-Cut auch so noch ein bisschen höher zu stellen. Also bei 120, 140 oder so. Gerade an einem Podcast-Dingel. Auch den Bonnie würde ich so ein bisschen mehr um die Mitten herum geben. Verschiedene... Ein Projekt. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche zum Einsatz kommen. Und zwar vom Backen. Es geht ums Brotbacken in dem Podcast. Und dazu... Ja, hier habe ich jetzt gerade gesehen, fällt uns noch so ein bisschen die Atmosphäre ab. Es war vom Backen. Oh. Geräusche zum Einsatz kommen und zwar vom Backen. Es geht ums Brotbacken in dem... Okay, jetzt macht er hier, was er will. Es war vom Backen. Es geht ums Brotbacken. Wir lassen es ja erstmal so. Das geht jetzt nicht hier rum. Nervt aber. Gerade an einem Podcast-Dingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche zum Einsatz kommen. Und zwar vom Backen. Es geht ums Brotbacken in dem Podcast. Ja, ich würde es jetzt fast so lassen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Verschiedene. Und dann lieber noch einen Kompressor hinzufügen. Da müssen wir jetzt eins beachten. Bei dem Kompressor. Es kann jetzt passieren, wir hören das mal solo an. Gerade an... Wenn der greift, hebt er natürlich, wie schon gesagt, die leisen Töne an. Und was ist natürlich leise bei Bonnys Aufnahmen im Hintergrund? Das Rauschen, das wir mit aufgenommen haben, das dann natürlich verstärkt wird. Also im schlimmsten Fall macht man dann mit dem Kompressor, wenn man einen Hintergrund hat, hinter einem O-Ton, der ziemlich laut ist, hebt man den Hintergrund sehr hervor und der O-Ton wird schlechter verständlich. Also im Zweifel würde ich dann lieber den Kompressor weglassen und sagen, okay, wir heben das... Jetzt bin ich gegen mein Mikrofon gestoßen. Genau das kann man mit so einem Low-Cut rausnehmen. Ich glaube, da lässt man den dann lieber weg. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dschingel, wo... Ja, man hört sogar sehr gut. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dschingel, wo... Die Stellen, wo Bonny leise ist, hebt er immer... Also hebt er jetzt stark den Hintergrund raus. Das hört man ziemlich gut. Das klingt komisch. Ich arbeite gerade an einem Podcast-Dschingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche... Zum einen kommen zwar vom Backen. Ja, das geht nicht mehr. Also ganz, nur ganz sachte würde ich den anfassen lassen. Gerade an einem Podcast-Dschingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche... Zum einen kommen zwar vom Backen. Es geht ums Brotbacken in dem Podcast. Und dazu... Ups. ... und baue ganze Soundwelten, wenn es sein muss. Hören wir uns das mal im Vergleich an. ... und baue ganze Soundwelten, wenn es sein muss. Sein Repertoire ist vielseitig. ... und baue ganze Soundwelten, wenn es sein muss. Sein Repertoire ist vielseitig. Ich finde es okay. Könnte man auch ein bisschen perfekter machen, aber... ... naja, ich finde es in Ordnung. Jetzt würde ich euch gerne noch eine Sache zeigen. Und zwar... ... wie ein... ... wie Equalizer und Kompressoren auch aussehen können. Ich arbeite nämlich eigentlich immer mit... ... anderen Plugins, die ich separat gekauft habe. ... ähm... ... ähm... ... ähm... ... die ziemlich gut sind. Ähm... ... und da seht ihr, ähm... ... wo man jetzt noch was tun kann beispielsweise. Also, wie schon gesagt, ich habe jetzt die anderen ausgeschaltet. Hier um die zweieinhalb hätte ich auch damit erhöht. Dieser Kompressor klingt wesentlich besser als... äh... ... in einem spannenden Projekt. Sollte das, das schadet meiner Stimme, die relativ hoch ist, überhaupt nicht. Sein Repertoire ist vielseitig. Hier fängt es an. Gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Ich arbeite gerade... Bei 120 Hertz fängt es an, meine Stimme so ein bisschen zu verändern. Also, wenn der Equalizer bei 80 ist, pfff... ... äh, der Locker bei 80 ist. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er in einem... Genau. Also, das wäre der Equalizer. Äh... Ein... ... ähm... ... ähm... ... ziemlich gut funktioniert, finde ich. Äh... Und den Kompressor wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Äh... ... äh... ... ebenfalls von Fabfilter, der C2. Ähm... Ups... Das sieht man auch hier. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade... Gerade... Das ist dieser Button, den wir gerade eben eingestellt haben. Ähm... Auch bei... Den wir auch bei dem Kompressor von Hindenburg haben. Der Threshold-Button. Sein Repertoire ist vielseitig. Und hier hat man den Vorteil, man sieht hier schon, ähm... Hier ist nochmal so eine kleine Pegelanzeige rundherum, wenn ihr das seht. Sein Repertoire ist vielseitig. Gerade arbeitet er in einem spannenden Projekt. Das wäre jetzt sozusagen aus. Und wenn ich den jetzt so hier hinschalte, da greift er dann bei minus 10 Dezibel. Sein muss. Sein Repertoire ist vielseitig. Macht schon was. Und diese Anzeige hier ist die, die wir... Ähm... Diese rote in der Mitte ist die Anzeige, die uns auch der Kompressor von Hindenburg gibt. Diese hier. Ähm... Das sind die einzigen Anzeigen. Und diese ganzen Sachen, also Ratio, Attack, Release und so weiter, die gehören eigentlich auch noch zu einem Kompressor dazu. Die sind aber hier fest verbaut sozusagen. Die kann man bei Hindenburg nicht einstellen, um es möglichst einfach zu halten. Möglichst einfach zu halten. Ähm... Ist aber in Ordnung, glaube ich, ähm, für... 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 Für einfach so ein paar, ähm... Standardgeschichten. Und ich finde, wir sind jetzt ganz gut, ähm, ganz gut vorangekommen. Bonnie steht mit einem Aufnahmegerät im Grünen. Mein Name ist Bonnie und ich arbeite... Jetzt müssen wir den Beitrag noch exportieren, nachdem wir ihn abgemischt haben. Ähm... Was ich vorher immer mache unbedingt, ist, ich gucke nochmal, ob hier hinten nichts in der Spur rumliegt. Weil wenn hier meinetwegen nur noch eine Sekunde O-Ton irgendwie auf 46 rumliegt, dann wird die Autodatei 46 Minuten lang und in der Mitte ist Stille. Ähm... Genau. Also... Ich, ähm, bin jetzt zufrieden und kann auf Exportieren klicken. So. Da haben wir unser Feld, wo wir, dass wir, ähm, irgendwo wir unsere Datei aussuchen können. Wir gehen auf... Wir haben das im Dokumento-Ordner gehabt, ähm, unser BME-Tutorial. Und jetzt kommt unser dritter angelegter Ordner, der Ordner Export ins Spiel. Ich nenne auch diesen immer BME-Tutorial. Und jetzt kommt's aufs Format an, das wir ausgeben wollen. Natürlich würde ich euch erstmal empfehlen, ein unkomprimiertes Wave-Format zu wählen. Stereo in dem Fall. Wir haben natürlich auch Stereo-Elemente drin, deswegen ist Stereo ganz wichtig. Ähm... Kann man nochmal die einzelnen Einstellungen angucken. Ihr könnt da, glaub ich, nicht so viel einstellen, ähm, das müsste also bei uns passen. Eigentlich, als Wave-Format wird das ausgegeben, ich glaube, bei Hindenburg Journalisten 44.100 Hertz. Ähm, das ist jetzt nicht ganz ideal für Radio, aber es geht halt bei der Journalist-Version nicht anders. Das ist aber okay. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied bei uns. Ähm, und so könnten wir das jetzt als Wave-Datei speichern. Also als, ähm, unkomprimierte Datei. Das würde ich euch auch empfehlen, ähm, weil das einfach die bestmögliche Qualität hat. Klicken wir auf sichern, gibt da kurz aus und wir finden dann in unserem Finder, ähm, ich hole das mal kurz hier rüber von dem anderen, von dem anderen Bildschirm. Wir finden dann hier in unserem Export-Ordner diese Tutorial-Datei. Ich sitze, in dem Fall ist unser Beitrag ja nur 36 Sekunden lang, ist 11 MB groß. Das ist in Ordnung, um die per Mail zu verschicken. Wenn ihr allerdings jetzt einen 2-Minuten-, 3-Minuten-, 4-Minuten-Beitrag habt, wäre die natürlich viel zu groß für eine Mail. Dann müsstet ihr schon irgendwie auf WeTransfer umstellen. Das würde ich euch für große Projekte, die gut klingen sollen, auch noch empfehlen. Allerdings, wenn es sich jetzt um einen Radiobeitrag, den ihr schnell irgendwie rüberschicken wollt, handelt, dann würde ich euch tatsächlich die Ausgabe als MP3 empfehlen. Das ist eine komprimierte Audiodatei, kennt ihr von Musik, aber reicht, glaube ich, für unsere Zwecke jetzt auch vollkommen aus. Wie wir das machen, zeige ich euch auch noch kurz. Ihr klickt auf Exportieren. Wir sind wieder in unserem Ordner. Ich klicke das mal an, dass er genau so heißt und würde sie einfach jetzt unterstrich klein nennen, damit wir die Dateien auseinanderhalten können und klicke hier eben auf MP3. Und da hat es jetzt normalerweise bei euch hier die mittlere Qualität gewählt. Das sind 128 Kilobit pro Sekunde. Das ist uns viel zu wenig. Das klingt sehr kodiert. Auch die hohe Qualität, die Hindenburg als hohe Qualität ausgibt, hat nur 192 Kilobit. Ich finde das immer ein bisschen zu wenig. Also ja, wir komprimieren mit MP3, aber ich finde trotzdem, dass wir die bestmögliche Qualität als MP3 auch ausgeben sollten. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen, suchen uns hier die 320 Kilobit pro Sekunde. Das ist die größte Version, die wir gefunden haben aus. Klicken auf OK. Ihr könnt euch das auch als Preset speichern übrigens. Haben 320 Kilobit pro Sekunde. Klicken auf sichern. Da braucht er auch ein kleines bisschen länger, weil er mehr komprimiert. Und wir haben jetzt hier unsere Tutorial-Datei klein. Ist nur 1,6 MB groß. Perfekt, um die ganz schnell per Mail zu verschicken. Damit ist er fertig, unser inhaltlich komplett sinnfreier Radiobeitrag. Aber hey, immerhin klingt er gut. Für mehr Tutorials zum Thema Technik im Radiojournalismus oder in Podcasts, abonniert gerne den Kanal. Ich habe noch so einige Ideen, zum Beispiel eine Reihe zum Thema Mobile Reporting. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Themenideen, schreibt sie gerne in die Kommentare oder schaut vorbei auf einfachton.de.